einen wunderschönen guten abend wünsche ich ich habe für euch heute eine geschichte vorbereitet ich liebe schnee eine geschichte der besonderen art passend zum weihnachtsfest und zum winter zum schnee 8 dezember 18 uhr es hat angefangen zu schneien der erste schnee in diesem jahr meine frau und ich haben uns cocktails genommen und stundenlang am fenster gesessen und zugesehen wie riesige weiße locken vom himmel herunter schweben es sah aus wie im märchen so romantisch wir fühlten uns wie frisch verheiratet ich liebe schnee 9 dezember als wir wach wurden hatte eine riesige wunderschöne decke aus weißem schnee jeden zentimeter der landschaft zugedeckt was für ein fantastischer anblick kann es einen schöneren platz auf der welt geben habe zum ersten mal seit jahren wieder schnee geschaufelt und fühlte mich wie ein kleiner junge habe die einfahrt und den bürgersteig freigeschaufelt heute nachmittag kam der schneeflug vorbei und hat den bürgersteig und die einfahrt wieder zugeschoben also holte ich die schaufel wieder raus was für ein tolles leben zwölfter dezember die sonne hat unseren ganzen schönen schnee geschmolzen was für eine enttäuschung mein nachbar sagt dass ich mir keine sorgen machen soll wir werden definitiv eine weiße weihnacht haben mein nachbar bob sagte dass wir bis zum jahresende so viel schnee haben werden dass ich nie wieder schnee sehen will ich glaube nicht dass es möglich ist bob ist sehr nett ich bin froh dass er unser nachbar ist die temperatur ist auf minus 20 grad gesunken die kälte lässt alles glitzern der wind nahm mir den atem aber ich habe mich beim schaufeln aufgewärmt das ist das leben der schneeflug haben heute nachmittag zurück und hat alles wieder zugeschoben mir war nicht klar dass sie so viel schaufeln müsste aber so komme ich wieder in form wünschte ich würde nicht so pusten und schnaufen fünfzehnte dezember sechzig zentimeter voraussage habe meinen kombi verscheuert und einen schieb gekauft und winterreifen für das auto meiner frau und zwei extra schaufeln habe den kühlschrank aufgefüllt meine frau will einen holzofen als der strom ausfällt das ist lächerlich hier sind wir nicht in alaska sechzehnte dezember eissturm heute morgen in der einfahrt auf den arsch gefallen als ich salz streuen wollte tut höllisch weh meine frau hat eine stunde gelacht das finde ich ziemlich grausam 17 dezember immer noch weit unter null die straßen sind zu vereist um irgendwo zu kommen hinzukommen der strom war fünf stunden weg musste mich in decken wickeln um nicht zu erfrieren kein fernseher nichts zu tun als meine frau anzustorren und zu versuchen sie zu irritieren glaube wir hätten ein holzofen kaufen sollen das aber nie zu geben ich hasse es wenn sie recht hat ich hasse es in meinem eigenen wohnzimmer zu erfrieren 20 dezember der strom ist wieder da aber noch mal 40 zentimeter von dem verdammten zeug letzte nacht noch mehr schaufeln hat den ganzen tag gedauert der beschissene schneeflug kam zweimal vorbei habe versucht eines der nachbars kinder zum schaufeln zu überreden aber die sagen sie hatten keine zeit weil sie höcke spielen müssen ich glaube sie lügen wollte eine schneefräse im baumarkt kaufen die hatten keine mehr kriegen erst im märz wieder welche rein ich glaube dass die lügen bob sagt dass ich schaufeln muss oder die stadt macht es und schickt mir die rechnung ich glaube dass er lügt 22 dezember bob hatte recht mit weißer weihnacht weil heute nacht noch mal 30 zentimeter von dem weißen zeug gefallen ist und es ist so kalt dass es bis august nicht schmelzen wird es hat 45 minuten gedauert bis ich fertig angezogen wort zum schaufeln dann musste ich pinkeln als ich mich schließlich ausgezogen gepinkelt und wieder angezogen hatte war ich zu müde zum schaufeln habe versucht für den rest des winters bob anzuhören der eine schneefräse an seinem lastwagen hat aber er sagt dass er viel zu viel zu tun hat ich glaube dass der wechser lügt 23 dezember nur zehn zentimeter schnee heute und es hat sich auf null grad erwärmt meine frau wollte dass ich heute das haus dekoriere ist die bekloppt ich habe keine zeit ich muss schaufeln warum hat sie mir nicht schon vor einem monat gesagt sie sagt sie hat aber ich glaube dass sie lügt 24 und 20 dezember 20 cm der schnee ist vom schneeflug so fest zusammengeschoben dass ich die schaufel abgebrochen habe dachte ich kriege einen herzenfakt falls ich jemals den arsch kriege der den schneeflug fährt ziehe ich ihn an seinen eiern durch den schnee ich weiß genau dass er sich hinter der ecke versteckt und wartet bis ich mit den schaufeln fertig bin und dann kommt er mit 50 km die straße runtergerast und wirft tonnenweiße schnee auf die stelle wo ich gerade war heute nacht wollte meine frau mit mir weihnachtslieder singen und geschenke auspacken aber ich hatte keine zeit müsste nach dem schneeflug ausschwalten 25 dezember rohe weihnachten 60 cm mehr von der die 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 der gedanke an schnee schaufen lässt mein blut kochen gott ich hasse schnee dann kam der schneeflug vor vorbei und hat nach einer spende gefragt ich hab ihn eine mit meiner schaufel über den kopf gezogen meine frau sagt dass ich schlechte manieren habe ich glaube dass sie eine ätliuten ist Wenn ich mir noch einmal Wolfgang Petri anhören muss, werde ich sie umbringen. Und heute Abend habe ich Kopfweh. 26. Dezember Immer noch eingeschneit. Warum um alles in der Welt sind wir hierher gezogen? Es war alles ihre Idee. Sie geht mir echt auf die Nerven. 27. Dezember Immer noch eingeschneit. Warum um alles in der Welt? Ach so, war warmer schon. 27. Dezember Die Temperatur ist auf minus 30 Grad gefallen und die Wasserrohre sind eingefroren. 28. Dezember Es hat sich auf minus 5 Grad erwärmt. Immer noch eingeschneit. Die Alte macht mich verrückt. 29. Dezember Noch mal 30 Zentimeter. Bob sagt, dass ich das Dach freischaufeln muss. Oder es wird einstürzen. Das ist das Dämlichste, was ich je gehört habe. Nur wie blöd hält mich da eigentlich. 30. Dezember Das Dach ist eingestürzt. Der Schneeflugfahrer verklagt mich auf 50.000 Euro Schmerzensgeld. Meine Frau ist zu ihrer Mutter gefahren. 25 Zentimeter vorausgesagt. 31. Dezember Habe den Rest vom Haus angesteckt. Nie mehr schaufeln. 8. Januar Mir geht es gut. Ich mag die kleinen Pillen, die sie mir dauernd geben. Aber warum bin ich nur an das Bett gefesselt? Das war die Geschichte Ich liebe Schnee. Eine Geschichte der besonderen Art. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Tschüss Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.